Ich bin Gerry Wohb, der Staatssekretär für Europa in der Senatsverwaltung für Kultur und Europa in Berlin. Meine Leidenschaft für Europa kommt aus meiner Biografie, komme selbst aus Ostdeutschland und habe den Fall der Mauer erlebt und habe dann auch die Transformation einer Gesellschaft erlebt und bin dann vielfältigerweise auch mit europäischen Themen konfrontiert worden, im Bereich der Außenpolitik, aber auch mit grundlegenden Entwicklungsfragen, wie die Institutionen sich der EU entwickeln. Und jetzt ist es eben sehr konkret, nochmal für die Interessen Berlins einzustehen, also wo Regionen ihre Stimme auch in der Europäischen Union einbringen können. Überzeugend ist hier der besondere Zugang, das ist eben keine politische Diskussion im engeren Sinne, sondern wir haben hier mit Kultur einen ganz anderen Rahmen für einen Austausch europäischer Ideen. Das finden wir sehr gut und das zu fokussieren an einem Abend und dann noch mit so vielen Beteiligten aus vielen Staaten und wenige Wochen vor der Wahl zum Europäischen Parlament, das ist eine ganz großartige Idee gewesen.